Willkommen im Marketing-Real-Talk mit Dava Ipdangli und Chris Bejala. Der ungeschönte und unterhaltsame Blick hinter die Marketing-Kulissen. Ho, ho, ho. So, Marketing-Real-Talk ist wieder auf Sendung. Und ihr seht, da ist der M-D. Ho, ho, ho. Es ist der 26.12.2018 und ich habe das Gefühl, wenn ich so den Chris ansehe, bei unserem heutigen Marketing-Real-Talk, dann sehe ich ihm das Fondue Chinoise aus den Ohren rauslaufen. Chris, wie geht es dir jetzt? Boah, warte schnell. Ich muss schon den obersten Knopf von meiner Hose öffnen, sonst geht das heute nicht. Hast du Hose an? Das sagst du doch am besten beurteilen. Es ist der zweite Weihnachtsfeiertag und liebe Community, der Marketing-Real-Talk, der macht heute so den Blick in die Kristallkugel und zwar einmal andersherum. Im Moment kursieren viele, viele Podcasts und YouTube-Videos wieder zu den Tipps, was musst du 2019 machen, was ist der Trend, was ist der Outlook. Und Chris und ich drehen uns mal um und sagen dir, hey, die 10 Punkte, die sollst du jetzt, 2019, die da vor der Tür steht, wirklich nicht mehr machen. Und ich würde sagen, Chris, fang doch du mal kurz an, einen kurzen Abriss über die Punkte, die du findest, unsere geschätzte Tourerinnen und Tourer, die uns jetzt auch schon monatelang verfolgen und richtig gewartet haben, im Sudinnen von der Weihnachtsfeiertung wieder ein bisschen inspiriert zu sein. Haben wir ein paar Punkte ausgesucht und Chris, was willst du ihnen mitgeben, was sollst du jetzt als Marketing-Mensch wirklich 2019 eher nicht mehr machen? Also, ein oder mein erster und wichtiger Punkt ist, wenn ihr eine neue Webseite baut, dann solltet ihr auf keinen Fall zu Beginn vergessen, die richtigen Ziele zu definieren. Jede Webseite, wo da aussen ist, sei das B2B, B2C, Marketing, whatever, auch wenn es nur mehr wie Seitenkarten ist, jede Webseite kann ein Ziel haben, das etwas soll erreichen, sei das nur ein Kontraktformular, das abgesendet wird, tracket das, messet das und werdet das aus. Danke, Rafi. Das ist für mich der erste und wichtigste Tipp, Ziel zu definieren im digitalen Bereich, wird viel zu kurz geschrieben. Gebt euch nächst oder Verzieht. Chris, ich droppe da nächst. Nein, ich droppe. Du droppst da nächst, also dann droppst du da nächst. Droppen hin und her. Mein erster Punkt, den ich dir möchte mitgeben oder dazulassen, ist «Don't do this again 2019», ist «Fall nicht rein, auf all diese Köferchen, Ledermäppchen, Vertreter, die noch mit teuren TKPs unterwegs sind, tausende Kontaktpreise, ist fast tot, er mag in gewissen wenigen Bereichen noch Sinn machen, bist du international unterwegs, hast du ganz viel Vorhigsgeld, go for TKP, wenn nicht, dann überlegt er aus dem medialen Umfeld schlauere, messbarere, günstigere Werbeformen, die gibt es da definitiv. Und renne nicht an der kreativsten, teuersten, bewegendsten, farbigsten, Werbeformen um. Das ist so mein erster für dich. «Don't do this». Für alle, die den TKP aus der digitalen Welt nicht kennen, so der CPN kostet mir mehr, tausende Kontaktpreise. Aber ich übernehme gerade wieder. Und ein Thema, es kommt aus der Newsletter-Welt. Newsletter ist nicht rot im Gegenzug. Newsletter ist super und bringt enorm viel. Ihr müsst ihn einfach richtig machen. Und bitte, bitte, hört auf, irgendwie ein Quartals, halbjährliche oder jährliche Newsletter zu machen oder monatliche Newsletter, wo irgendwie vier, fünf Themen zusammenfassen, wo dann irgendwie abgeschnitten wird, wie es im Mail-Programm zu gross ist und was weiß ich was. Baut ein Newsletter mit einem Thema, einem Betreff. Setz das gezielt raus. Schickt es vielleicht nicht jedem, sondern nur einen Teil von eurer Liste. Aber bitte hört auf mit einem zusammengefassten Newsletter, der heisst, die News aus dem März 2019. Schon allein den Betreff wird niemand lesen und dementsprechend wird das Mail gelöscht. Landet vielleicht sogar im Spam oder vegan. Nie irgendwie beachtet. So kommen wir das sicher nicht vorwärts. Chris, ich hätte jetzt gesagt, vielleicht nimmst du doch Neuigkeitenbrief oder so. Nein, Spass. Dann machen wir es jetzt. Mein nächster Punkt für dich, der du zuhörst, ist das Thema Video. Und ich glaube, da sind wir uns alle einig, du hast nicht weggedenkt, 2019 ist selbstverständlich ein Jahr, wo so mehr Richter bewegt wird, gehen wird mehr denn je. Mein Tipp an dich, gehe nicht zu Agenturen. Und wenn du zu Agenturen gehst, dann ein heisser Tipp hier am Rand. Da gibt es neu aufstrebende Agenturen von Baden-West bis Zürich. Kann man sagen, da würde ich mal googlen... Zürich-Oberland. Da würde ich mal googlen nach Beyonder, darf man an der Stelle sagen, unter dem Weihnachtsbaum, Beyonder mal googlen. Da wirst du vielleicht an die ein oder andere Überraschung geben, was dort passiert. Zurück zum Video. Videos mit Agenturen machen, warum ich da ein wenig Gegner bin und das nicht empfehle, 2019. Ich habe persönlich 2018 die Erfahrung gemacht mit der Firma Smoothie, also S-Smovie, vielleicht kennst du die da. Und ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden gewesen, warum wir das schaffen, uns Marketingmenschen auf ein Videoniveau zu bringen, dass auch du da draussen kannst ein Video drehen, schneiden, Posts produzieren, dass es nachher verwendbar ist für deine Zielgruppen. Also nein, du brauchst keine TPC und auch keine andere Videoagentur, um selber marketingwürksame Videos zu gestalten. Das lernst du selber, das lernst du mit Videotutorials oder du gehst zu Smoothie, wirklich jetzt empfehlen, dort ein Kurschen, in Anführungs-Schlusszeichen, positiv gemeint besuchen und auch du bist in der Lage, deine Videos selber zu machen. Das finde ich ein sehr guter Tipp. Ich würde als nächstes auch wieder so ein bisschen auf das Thema digitale Projekte eingehen. Bitte hört auf mit der klassischen Wasserfallplanung, wo ihr eure Deadline setzt und auf die Deadline effektiv das Ganze werdet aufschalten. Natürlich, es kann durchaus Sinn machen, dass ihr eure Werbekampagne plant, aber grundsätzlich hört auf mit der Wasserfallprojektplanung, weil ihr werdet unter Umständen je nach Komplexität des Projekts auf Themen treffen, die ihr so nicht direkt planen könnt. Ihr wisst nicht, wie lange es geht. Jeder Entwickler für euch wird froh sein, jeder Designer. Nicht lernst du auf euch zukommen, sind nicht läscher, geben den gleichen Druck dahinter, aber vergessen das, weil Wasserfallprojektplanungen funktionieren in digitalen oder sehr komplexen Themen nicht mehr heutzutage. Chris, ich bin bei Zeltransdu und ich muss da natürlich dreigen und sagen, meine Fans, Follower, die das hören, natürlich, ich meine, ist Wasserfall, sagst du in dem Fall, also in der digitalen Welt tatsächlich gar nicht mehr verwendbar? Es gibt sicher in kleineren und weniger komplexen Projekten durchaus verwendbar. Es ist sogar für Teilprojekte sicher verwendbar, aber in einer Komplexität, zum Beispiel schon eine Webseite gestaltet, du hast einen Designer, du hast einen Entwickler, du hast einen Texter, du hast irgendwie eine Agentur, es ist noch Leute, die mit involviert sind, du hast so viele Leute, die involviert sind, so viele Abhängigkeiten, da ist ein Wasserfall-Projektplan enorm schwierig, entweder hast du einen super guten Projektleiter, der zu 100% mit der Peitsche draußen ist und alle Leute im Griff hätten zu 100% die Ressourcen verwalten, dann ist es machbar und sonst würde ich wirklich sagen, erfahrungsmäßig, ich habe jetzt schon weit über 300 Webseiten mitgebaut, entwickelt, konzipiert, was auch immer, wenn ich mir so Webseitenprojekte angeschaut habe, eins kann ich immer sagen, wir haben es selten geschafft, aus x verschiedenen Gründen, sei das Agenturkund oder was auch immer, auf einen Punkt etwas so zu launchen, wenn wir das nicht wollen, das ist nicht gegangen, aber es ist auch heute kein trockter Katalog mehr, wie das vorhin der Ackermann oder der Neckermann oder der Quellenkatalog war, sondern eine Webseite, wenn die online ist, im Fall, man kann sie noch anpassen, wenn man etwas hat. Danke Chris. Mein nächster Tipp für dich ist das Thema Pitches, don't do the pitches. Ich habe wie Chris auch einige Jahre im Agenturbereich gearbeitet und habe immer wieder gesagt, wieso macht man Pitches, es ist schon unfassbar unfair, unfassbar unnütz, dass du, wenn du da draussen marketingtreibend, werbetreibend bist, mach dich die Pitches nicht, sondern schau, und für das braucht es keinen Pitch, was der Mensch, die Agentur, die du zusammenarbeiten möchtest, was die könnte, schwarzen, und das habe ich jeweils auch als werbetriebene Marketingverantwortung gemacht, schwarzen mit der Referenz Kunden, aber schwarzen wirklich persönlich mit ihnen und glaube nicht am schönen Video, am lustigen PDF, sondern schwarzen mit ihnen, finde Themen heraus zu dem Part, mit dem du zusammenarbeiten willst, aber die Pips-Situationen, die ihr alle kennt, die Chris und ich schon auf der einen Seite miterlebt haben, wo du einfach Agenturen angetanzen lässt, man kann es nicht anders sagen, Experten angetanzen lässt, zum Schaulaufen, sie gratis arbeiten lässt, und dich nachher nicht entscheidest, oder für jemanden, der gar nicht aufläuft, vielleicht zu einem Schaulauf, alle fassen, ihre Ideen kopierst, please, es wird 2019 fair play, und mach das nicht mehr, die Pitches, wie man sie jahrelang gemacht hat, sondern entscheide die anders, aufgrund von anderen Werten, vielleicht ein bisschen, aufgrund mehr vom menschlichen und vom wirklichen Gespräch mit Referenzen, für deinen Partner, der dich im Marketing unterstützt. Auch da möchte ich noch etwas dazu sagen, ich sage das immer wieder meinen Studenten, wenn ich Unterricht gebe, du hast richtig gesagt, die menschliche Komponente ist viel wichtiger, schau, dass es mit den Leuten geht und sagt, weil das ist das Wichtigste, können, tun ganz viele Leute, ganz viele verschiedene Sachen, und das Schwierige, warum ein Pitch eigentlich das Falsche ist, das möchte ich noch mitgeben, weil in der Zeit sich Agenturen der Firma viel zu wenig mit dem Problem und mit dem Kunden auseinandersetzen, und es ist dann mehr so ein bisschen russisch Roulette, ob dann, nein, russisch Roulette falsch ist, mehr Roulette normal, ob dann die Agentur einfach reicht oder nicht, wenn halt irgendjemand irgendjemand das gefällt. Chris, nice, danke für die Ergänzung, dein nächster Punkt. Und gerade eigentlich zum Pitch hinzu, wenn ihr wieder mal am Thema Webseiten sind und ihr gar nicht wisst, wie ihr loslegt, die einen oder anderen kennen es, die haben dann irgendwann mal ein Sitemap, gemacht. Ich empfehle euch von Anfang an, wenn ihr eine Webseite machen könnt, und für das wahrscheinlich mal einen separaten Podcast machen, Raffi, baut auf jeden Fall kein Sitemap, macht das nicht mehr, macht nicht irgendein Design und basierend auf dem Design die Webseite bauen, nein, im Gegenteil, gehen zuerst an und bauen das Webseite-Konzept in Form von einer Informationsarchitektur. Das heisst, schreibt, wie jede Seite, die ihr habt, vielleicht skizzieren oder beschreiben in Blöcken mit Post-its oder was auch immer, wie sollte die Seite ungefähr aussehen, was ist auf der Seite ein Inhalt, welche Bildelemente gibt es, weil durch das habt ihr eine schöne visuelle Vorlage, die einem einen Designer können geben, damit er weiss, mit welchem Element er soll spielen, und man kann dann viel einfacher den Texten schon informieren, was es eigentlich geht und ich sehe das gesamte Konstrukt von einer Webseite. Tönt also, dass ihr keine Sitemaps mehr bauen, macht nicht zuerst irgendein Design, geht konzeptionell an, glauben wir es, ihr spart enorm viel Zeit und Leute verstehen es viel, viel besser. Danke, Chris. Das war noch nicht dein nächster Tipp. Doch, das war mein nächster Tipp. Cool. Dann würde ich mal mit einem kommen und zwar aus meinem Herzen das Thema Content, Social Media. Es hat eine Zeit gegeben, als du den Mr. oder Mr. Firma XY und er ist ein Avatar. Also in dem Sinne eine gefeikte Persönlichkeit und tragischerweise ist das nicht lange her. Und ich habe ein Script gesehen von Dozenten an selbstständig anderen Hochschulen als der Chris und ich unterwegs sind, die das heute noch empfehlen. Ich meine, wir sprechen von 2018, die das heute noch empfehlen, irgendwelche Fake-Figuren als Avatar, durch die Welt gehen zu lassen und symbolisieren, als ob sie echt wären. Ich sage es immer so, wenn du das wirklich machst im Rahmen von Marketing Automation und du Namen erfindest und du aber nicht so weit gehst, dass die Namen tatsächlich so billig gefaked wirken und dann auch so als Minipräsen suggerieren, was sie gar nicht haben, das ist definitiv verboten. Bis echt, und gib auch, wenn du Unternehmer auf der Führungsstufe eines Unternehmens dann gib deinen Mitarbeitern die Freiheit, sich ihren Namen zu präsentieren für deine Firma, gib ihnen die Möglichkeit, den Status von einem Autor zu erreichen, sich also zu entwickeln und nicht einfach du erfindest eine Figur, die den Praktikanten am Viererabend pflegt und so damit deine Social-Media-Präsenzen pflegt, sondern mach das so, du deine Social-Media-Guidelines so gestalten, dass deine Mitarbeiter, deine Autoren sind und nicht irgendwelche gefakte Avatare, das ist 2019 wichtiger denn je. Sehr gut, und ich komme noch einmal, ich habe viel zu viele Webseiten-Themen als immer gerade eingefallen, aber das ist so ein bisschen glaube ich das, was ich im letzten Jahr viel zu viel vergessen wurde. Ich habe noch ein letztes Thema, viele Leute von euch da draußen haben in den letzten Jahren das Thema Suchmaschinenoptimierung recht vernachlässigt und das ist etwas, das dürfen ich dann nicht mehr tun. Die Suchmaschine nimmt immer noch an mega Bedeutung zu, das ganze Social-Media-Gugles-Zeug, wo ich auch sehr, sehr stark vertreten bin, ein grosser Fan davon bin, hat aber dem ganz ein bisschen den Rang abgelaufen und viele haben einfach vergessen, ihre Webseiten vor Ort anzuhalten. Sei das auf technischer Natur, sei das inhaltlicher Natur, sei das aber, sagen wir, gerade bei Migrationen, bei neuen, bei Redesigns von Webseiten geht enorm viel verloren. Ihr müsst gar nicht so viel machen. Die Suchmaschine-Optimierung muss nicht schwer sein, kann ganz einfach sein. Es sind ein paar wenige Kniffe, die wir berücksichtigen, tue doch um die kümmern und lassen sie das auf keinen Fall mehr legen. Merci, Chris. Ich glaube, das sind ein paar Punkte, die, die hier noch vor dem Racken sitzen, heute am 26. 2. Weihnachtsfeier, die sind ein bisschen inspiriert, was sie nicht mehr machen sollten, 2019. Zwischen all den Kristallhugletipps, ein echter Real-Talk von Chris und von Raffi. Chris hat noch einen. Eine Sache, ein Bonus, der der Letzte ist. Schaut, wir sind hier in einer digitalen Welt, wir sind hier im Marketing, wir sehen unsere Kunden vielleicht nicht immer, aber eines sollten wir im 2019 besser machen, wie wir es in den letzten Jahren gemacht haben. Denkt daran, unsere Kunden, unsere Leads, unsere Wasserhäuser, wir sind alles Menschen. Und stellen wir den Menschen und sein Bedürfnis doch bitte wieder ins Zentrum. Und ich sage es hier wieder gerne, Digitalisierung braucht mehr Menschlichkeit. Tönt im 2019 auf Lurge, dass wir wieder mehr von Mensch zu Mensch gehen, anstatt einfach nur mit einer Maschine reden, nur für irgendeine Maschine etwas machen und nur für irgendeine Maschine etwas anpassen. So werden wir alle nicht glücklich, die oder dussern als Marketeers nicht und eure Kunden eigentlich auch nicht. Und so, ich habe fertig. Ein wundervolles Schlusswort, das kann ich nur noch ergänzen mit sein festen Start vor der Tür, der erste Anlassstab vor der Tür. Ein wundervoller Moment, um deine Mitmenschen zu umarmen und mit Menschlichkeit ins 2019 zu flutschen. Nicht nur im digitalen Marketing, schönen Restsport im Jahr wünsche mit dir, die zugehört. Marketing Real Talk geht natürlich weiter im Jahr 2019. Wir haben ein paar spannende Gäste in der Pipeline. Auch du bist herzlich eingeladen. Ich bin gerade heute Mittag an einem Ort ein spannender Unternehmer, der ein Blockchain-Projekt am Planen ist, der tatsächlich einen Milliardenmarkt verändern wird. Nicht einmal Chris Weiss, das war eine Premiere. Ab dem Januar geht es weiter mit dem Marketing Real Talk. Ciao! Ciao! Ho, ho, ho! It's Santa here. A very, merry Christmas and the happiest New Year. Ho, ho, ho! Hatte dir gefallen, was du gehört hast? Ravi und Chris sagen Danke und würden sich über eine Bewertung in der Podcast-App deines Vertrauens oder einen Kommentar auf www.marketingrealtalk freuen. Bis zum nächsten Marketing Real Talk.